Ja und Herzlich Willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town, hier auf einer Lost Map, das soll ich sagen, mit dabei sind Fisk, Krabs, Daluca, Dadosch, Anonymous, ChicoCraft, vielleicht Nephias, Nils, Botza, Vita und Mrs. Kun dran. Wer hat die denn dann wiedergefunden? Unglaublich. Unglaublich. Da 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 da. Haben wir vor der Aufnahme. Ich suche mal eine Waume, ich muss wegen dem nächsten Knopf drücken, wo muss ich hin? Alter, das war ein gescripteter Witz. Echt mal, womit wir denn jetzt den Knopf drücken hier? Ey, das war erst recht ganz woanders. Ne, viel frei zum Abschluss. Denkt dran, bei 7.32, Goro, da muss... Ja, ich hab ihn schon runtergeschrieben, ich hab Lost nicht geguckt. Ne, viel frei zum Abschluss. Nicht die krasseste Serie, aber eine Serie. Und sollte Goro da von tot sein, muss Nils den Ding. Und sollte er auch tot sein. Gibt's noch eine Reihenfolge. Alter, du fehlst keine schlechte Witze, du bist ganz oben. Lass mich in Ruhe, Goro. Geh raus, leg die Acht hin und geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, da ist Krebs runtergefallen. Alter, Trenz. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Dann ist er als bei Lost einer von einem Bücherregal erschlagen worden. Krebs, Krebs musste hier wirklich die Nummer eintippen, Krebs ist wirklich im Untergrund gewesen. Ey, hier kommt auf einmal Goro bei und der wusste wo ich bin. Goro ist es, Leute. Oh, ne Shotgun. Ja Goro, komm doch her. Oh Gott, ich bin im Chat. Alter. Hier liegt ein verkohltes Kind. Wie krass ist das denn? Goro, geh da rein. Hier in der anderen Nähe. Geh da rein, ich muss den Knopf drücken. Also, wer mir die Folgen nennen kann, die hier nachgestellt werden, der kriegt ein Like von mir. Anne, geh nochmal in den Raum mit dem Kind. Was passiert denn? Wo ist das denn? Ich weiß noch was da. Hast du ihn gefunden? Will dich töten? Oh. Goro ist safe. Geh du mal rein. Anne, hast du gefunden? Äh, ne. Hey, wer war denn gerade mit mir in dem Zimmer drin? Ich? Aber welches Zimmer ist das? Teleport. Da, wo das Kind auf dem Boden liegt. Teleport. Das ist die Puppe, die dieses DNA abbringt. Die verbrannte, genau. Was mache ich, wenn es rot ist? Tote Mann. Jetzt fällst du mal so hin, dass du den Schrank siehst. Andersrum. So. Das ist vielleicht Nephi. Ey, sag mal. Lass mal Nephi töten. Ich bin das nicht. Der Tankler hat mich erschrocken. Ich frage mich gerade, woher ich so viel Schaden habe. Ich habe dich abgeschossen. Der steht auf einmal neben mir. Er hat sich dem Traits herumgehört. Kundran ist es, oder? Ist das nicht die Map aus American Pie? War es Kundran, Leute? Das Ferienlager. Ich habe mich auf jeden Fall hier dadurch gefunden. Aha. Komisch, dass du da, da... Hallo? Also? Ah, Goro tot jetzt? Alles klar, er hat Goro gekillt. Kundran ist es. Warte. Warum darf das jemanden? Das ist bestimmt Nephi. Nee, es ist Kundran. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher. Da ist er! Ne, ich habe die DNA und der Trader hat auch die... Kann man da runter? ...Nachricht gekriegt, dass ich die DNA habe. Ja. Hat er. Ach, du hast das. Ja, hat er doch angesagt, dass du das war. Nephi ist da hinten, Nils. Au, der Fernseher hat mich angegriffen. Wo? Da in dem Haus dahinter. Nee, ich suche den... Vielleicht Nephias. Ja, da drin ist er. Du suchst vielleicht Nephias. Warum suchst du ihn denn? Hinten links. Nein, den vielleicht. Geh da nicht rein, Nils ist er. Vielleicht Nephias. Nils ist es auch, ja, aber... Wie, wieso? Anne ist es da. Hinten links, die Tür ist abgeschlossen, Alter. Ich glaube, Anne ist... Nils ist es nicht. Nils ist es nicht. Deadwinger. Die Tür ist wirklich abgeschlossen, die andere. Da kommt er nicht raus. Aber hier durch. Da ist er noch drin! Wo denn? Im Schrank, glaube ich. Im Schrank. Ey, mach mal. Komm raus, Harry. Wir wissen, dass uns... Geh da weg, der explodiert. Der war doch längst tot, Alter. Wir waren doch nicht sicher. Wer ist denn jetzt alle safe? Nils? Dalu auch, oder was? Wir haben den Wandschrank durchlöchert. Oh mein Gott, ist Goro gestorben? Der Deadwinger ist Nils gestorben. Ey, wer hat Nils getötet? Ja, der Deadwinger. Äh, der... Fade. So was kaufen wir nicht. Bist du dir sicher? Ja? Grants, kannst du das so bestätigen? Na, kann ich nicht. Komm, Goro, komm mit mir schnell. Nicht umdrehen, bist du verrückt? Übrigens einer der Trader ist Vita. Sind die Schaukeln hier gefährlich? Die sind irgendwie gefährlich. Da ist sogar Seife in der Dusche. Oh, nicht die Seife aufmachen, das kostet mehr. Heb die Seife auf, Shigo. Man kann sie, glaube ich, nicht aufgeben, oder? Ne, die ist ein Dolphin. Geh mal. Der Spiegel ist kaputt. Goro, wo gehen wir hin? Grants, hier liegt ein Bild von uns beiden. Ja, da schieß doch der Anu. Hab ich doch. Von unserer Hoffnung. Zeig mal. Wer ist der Junge? Oh, Vita wollte ich kippen! Wer ist der Junge? Dalu, mein Friendship! Wer ist der Junge? Das Mädchen. Das ist ein hässliches Mädchen. Ey, da rennt irgendjemand. Lass dir das nicht gefallen, Vita. Ey, Anu und Vita sind es. Vita schießt auf mich. Ich hab's gesehen. Aua, da reingeschossen. Aua. Dalu hat mit dem Friendship da rum geballert. Rum geballert? Ja, da kommt ne Granate rein! Was ist das? Ne Brand! Ihr Mörder! Du hast auf mich geschossen. Vita lacht so fies, ey. Lebt noch ein Detective? Fisk? Hab ich nicht Fisk grad noch gesehen? Weiß ich nicht. Ne. Vita, bleib mir fern. Warum? Hast du den Dalu getötet? Dalu ist doch nicht tot. Und wenn er was verdient. Warum? Ja, hier ist auch Dalu hat man Dingser gehabt. Dalu ist hier grad noch ausgediegen. Hast du reingegangen willst, ey? Hahahaha. Hahahaha. Also ihr beiden seid die Letzten. Seh ich das richtig? Das weiß ich nicht. Siehst du da mit deinem Radar? Kondran ist noch da, weil der läuft ja ein Leichen vorbei. Kondran ist tot. Ja. Vita läuft ja auch an Leichen. Der war ein Traitor, wenn du jetzt auf mich schießt. Wieso ein Traitor? Ich seh nichts von identifiziert. Also hier ist ein Melon Launcher. Hier die ist für dich. Und jetzt siehst du, dass er Traitor ist. Okay, dann schiebe ich ihn weiter. Ich habe nur gesehen, dass er den Leichen hier vorbeigelacht ist. Ihr beide seid die Letzten. Ja, dann ist es Anne. Wo ist sie? Ja, hallo? Du glaubst ihm das einfach so? Bist du bescheuert? Also es ist Anne. Nur als anderes dem Wissen. Also es ist Anne. Leute, es ist Anne. Knallt sie ab. Jetzt bin ich wieder unsicher. Alter. Nein. Ah, der Vita. Ja, Krabs wurden auch angezeigt. Krabs wurden auch angezeigt. Ja, aber es war ja nicht... Krabs wurde nicht, aber... Hä? Krabs war doch schon klar. Ja, aber Krabs wurde auch schon... Krabs war der allererste, der tot ist, nachdem Granz es gesagt hat. Ja, bei mir wurde er noch als lebt angezeigt. Ja, aber trotzdem, vom Kontext her, war er schon tot. Ich wurde hier vom Regal fast erschlagen. Und Dalu konnte den Friendship-Beam ja nicht geschossen haben, weil er im gleichen Raum stand wie das Ding. Hä, du hast ihn doch selber beschuldigt. Ich muss die Nummer drücken. Ja, das habe ich... Und dann haben wir auch noch nicht geschossen. Gleich bist du wieder tot. Dalu kann sich sowas merken, das ist wie beim Kartenspielen. Ach. Er erzählt die Karten. Er erzählt die Karten halt wirklich, oder? Aber Nancys Mann fand das super. Nancys Mann hatte Spaß, der ist cool. Der war wirklich cool. Was, der hatte Spaß? Ja, Spaß. Und dann hat Nancy ihm den Spaß genommen. Ja, ein Kaufier oder was? Durfte er nicht länger kaufen? Ja, er hatte da grad ne Siegesserie. Bostar, willst du ihn wieder tun? Er hätte gerne noch weitergegeben. Nein, das ist ein DNA-Scanner. Never leave the table when you're in a leader. Warte mal Bostar, bleib mal stehen. Wo ist der Traitor? Warte Bostar, hör mal was für dich. Detektiv. Hier hinten raus ist der Traitor. Da hinten, Kundran. Bostar ist das verstanden. Ja? Hier drin ist er. Hier drin ist er. Wo hast man ne Waffe? Warte, ist es Fisk. Wieso bin ich das denn? Hey! Vita verfolgt mich. Ja, ich hab was für dich. Ich warte mal. Hier. Ich muss aber erst zum Detektiv. Hier. Der DNA-Scanner lag hier rum. Da! Es ist ein Fertifizier. Johnny Roger? Dann gib ich's Anne hier. Das ist die Überachtung. Oh, oh! Anne ist stuck! Siehst du? Oh, Alter! Ja, boah! Da hat sich nichts geändert. Fisk? Hä? Oder auch nicht? Ey, Vita, guck mal, ich bin auch klar. Fisk? Kennt einer noch die Nummer zufällig? Welche Nummer? Fisk? Von hier, von Lost? 15, 16, 23, 42. Was? Lebt Fisk noch? Viel Spaß, ich geh da mal. Ich glaub, ich hab Fisk mit einer Melonen umgebracht. Wenn ich tot bin, ist es ne Efi. Das Bostar war nicht tot. Nee, ich bin nicht tot. Kannst du schnell sagen. Warum Fisk, wenn du noch lebst? 15. Wie war's? 4, 8, 15? 4, 8, 15, 16, 23. Ich hab Geld gefunden. Fisk? Dalu? 16. Dalu? Dalu ist es? Vita hat gesagt, Dalu ist es. Vita hat gesagt, Dalu ist es. Ich glaub, ich hab Fisk getötet. Das war ein Panikmoment. Das ist doch hier der Dings. Ja, aber ich find ihn nicht. Ja, ich hab Geld. Mach's Bett da weg. Ich hab das Spiel durchgespielt, ich hab ne Banane. Wo ist Fisk? Banana! Oh, wer schaukelt denn da? Kann ich mir die Mütze aufsetzen? Ich hab geschaukelt. Hä, die Schaukel dreht sich immer noch. Ah, wir sind ausgebrochen wieder. Ja, mach. Äh. 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 Hier, Anne. Äh. Die Schaukel. Aber die Banane ist kalt. Für gestern Nacht. Was? Wo geht's hier hin? Ich wette, der Sandkasten ist ein Geheimdang. Echt, das war's? 15.000 Dollar, Francis. War richtig gut. War richtig gut. Ja. Schreib's mir dann auch ne gute Amazonenbewertung. Ja, sicher. Amazonenbewertung. Was sollt'n denn mit dem Mineralwasser hier? Es ist Niel. Es ist Niel. Lass mich raten. Es ist Niel. Niel fährt. Niels. Niel gibt's. Niels ist doch hier grad lang geraten. Das ist der Doppler-Effekt. Niel. Da rennt Goro noch, der Lügner. Äh. Aber ich hab Fisk getötet. Was hast du getan? Ist Fisk tot schon? Wer ist dieser Fisk? Ich weiß es nicht, aber ich glaub, ich hab ihm nicht... Dardosch wird hier abgeknallt. Ich weiß aber nicht, wer zuerst geschossen hat. Wie erkannt der Türrahm, Alter, der Türrahm. Ich glaub, Niels war's. Ich hätte dich sonst gerecht, Dardosch. Aber ich war mir nicht sicher, wer zuerst geschossen hat von euch. Was? Kannst du mich halten? Warte, hier wird ganz stark geschossen. Ja, ist jetzt gut. Hatte er was geiles? Hatte er was dabei? Weg da, weg da, weg da, weg da. Das war Niels. Ja, aber jetzt hat doch grad einer noch weh mit der Shotgun erschossen. Nein, Niels wollte auf Dardosch schießen, aber der war ein Türrahm. Wäre cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Chico? Ja? Kann ich nicht. Hier ist noch einer am dritten. Hier, Mann schreibe ich noch einer. Hier ist noch einer. Ist da nichts drin? Dardosch, wo bist du? Äh, bei Chico. Hilft dir das? Mal nur das Fenster auf. Hier die Pfanne, nicht die Mama. Alter. Das war witzig. Das war witzig. Das war witzig. Das war nicht die Mama. Ach, da kommt noch eine. Bananengranaten. Hä? Aber Dardosch war doch grad hier noch drin. Er ist über den Stuhl gestolpert. Ist es Crips gewesen? Der ist da rausgerannt. Nein. Der ist da rausgerannt. Nein. Der war da drin. Ich bin hier rausgekommen. Nein. Du bist an dem Sessel hier gestorben. Du bist hier über diese Ecke gerannt und dann ist er voll weg gefällt und hat dich gekickt. Es sah ungefähr so hier aus. Boah. Aua. 1 zu 1. 1 zu 1. Genau. Genau. Alarm. Alarm. Ja. Oder ist er am Fade gestorben und es war echt Zufall. Nein, so lange kann der Fade doch nicht dauern, oder? Er ist geprop-killed worden. Er ist selbst geprop-killed worden. Er ist selbst geprop-killed worden. Stabile Rutzlage? Fühlst du hoch, oder was? Komm, wir stellen das noch mal nachstellen. Crips hast du für Kinder mit dem Blastensystembereich. Warte, ich krieg den Sessel noch. Warte. Sag, wenn Dardosch reinkommst. Oh, warte. Dardosch kann gleich rein. Der Umgesessel. Der ist der Sessel, glaub ich, gerade. Nein. Crips ist es. In der Küche! Crips ist es. In der Küche. Crips in der Küche. Oh, ich bin Traitor, Leute. In der Küche. In der Küche. Gut gemacht. Danke. Wer war's denn jetzt? Genau nicht beobachtet. Grants hat sich gerade reingeschaut. Grants hat sich gerade reingeschaut. Tschüss. Ja, weil Goro mich, keine Ahnung, ins andere Universum teleportiert hat. Goro bist du hingeflogen? Du hast mich mit der Melan irgendwo... Du hast nen Abgang gemacht, ne? Ja, ich hab Abgang gemacht. Echt, genau. Alleine von der Aufnahmesession müsste Dardosch dann Worst of zusammenschneiden. Ja, das war echt... Mann, der macht es nicht schlimm. Das war echt bitter, Dardosch. Ich wollte dich heilen. Er hat sein großen Zeh am Stuhl. Ich hätte so viel Damage vorher von mir bekommen. Ja, das tut schon richtig. Das tut schon richtig. Oh mein Gott. Glaubst du dir das lieber, ey? Nein. Das geht leider nach hinten los. Das gibt doch Spätfolgen der Zeh. Shihou tut das auf Nefis hier. Boah. Wie konnte das denn jetzt passieren, Nefi? Oh Gott, ey. Nefi hat Nisk einfach getötet, während ich im Traitor-Tester bin. Ich glaube, Nefi hat... Ey, Nils! Zieht er auf einmal die Shotgun, ey. Ich glaube, Nefi hat... Ich glaube, Nefi hat... Ich glaube, Nefi hat... Komm, wir geben die Zahl ein. Was ist da los? Was ist er denn? Geht das? Nein. Alter, hier ist einer! Hier ist einer tot! Was? Ja, das wird wahrscheinlich... Was? Nefi stammt doch schon Confirmed. Achso, okay. Du bist... Ja, dann bist du es auch. Geh in den Traitor-Tester. Wo ist der? Da vor dir. Echt nicht. So, Grandson, wer ist der Letzte? Wie zum Teufel. Hier steig ein, Vita. Ich hab einen Goro bei gefunden. In den Schirm. Letzte ist Anne. Was? Was? Okay, dadurch ist es. Lass mich rein! Ich bin zu dick für den Schirm. Bin dran! Panik ansteigen. Nee, du bist nicht drin. Nee. Aber ich bin zu dick dafür. Von der flachen Seite reingehen. Ah, okay. Anne, belebt Nefi wieder! So. Danke, Anne. Ah, Hilfe! Ich bewege mich! Warum... Aua! Was? Leute, knallt Anne ab! Alter, habt ihr... Oh Gott! Ah! Oh Gott! Er schießt... Ah! Lass da los! Kunrad schießt auf den Detective da hinten. Hä? Wieso hat er das getan? Dadurch... Dadurch muss es sein. Oh, oh! Wow! Okay, dadurch hat er auf den Detective geschossen. Oh Gott, ey! Was du Runde, ey! Oh Mann! Er hat doch den Skin nicht! Anne, ich war das nicht! Ich war schon lange tot! Ich war da gerade am shoppen! Ich dachte, Anne knallt mich ab, ey! Das war ein Doppelgänger! Haha! Fate-Regel! Der hatte doch den scheiß Skin nicht! Huch! Was? 1, 2, 3, 3! Da, da! Ach, da hab ich aber Glück gehabt, dass Nils diesmal echt, äh, wohlgesonnen war. Ja! Ja, ich hab's ja nur durchgehen lassen. Warum drehst du den hier einfach um, wenn du schießt den? Ja, du hättest doch in meiner Situation genauso gehandelt. Das schillt ihr mir alle, ja, ich hätt sofort geschossen. Nein, hättet ihr nicht! Ich hätt sofort! Also egal, was du gemacht hättest, sonst hätte ich mich beschwert. Ja, genau! Ja, dann lass ich... Goro frei zum Abschuss! Das ist ne geheime Sprache, er kauft gerade krass... Goro ist hier! Ich mach Boss... Aber du hast geschossen, Mann! Ja und, ich bin ja auch Trailer, aber du bist nicht mein Ziel. Hör mal auf, hier ist der irgendwo da, was sich so ein Stil geschossen ist. Darf ich dir das so ernst nehmen? Ernst ist das? Ja, du hast auf uns geschossen. Der schießt! Der schießt! Der schießt im Trailerraum hier! Vita, guck mal die Schorkel! Der schießt im Trailerraum, ey! Ist das... Ist das ein Kind auch so fest, dass du nicht siehst? Ja, was? Ich... Treff's nicht! Hast du ne Shotgun? Banana! Oh! Ich brauch ne Shotgun! Aber warte mal, dann so kommt man in den Raum rein! Ey, das ist gut! Oh Gott! Ich hab... Siehste, ich hab auf Goro geschossen am Anfang! Sind drin! Warte, dann nicht! Ich hab alleine auf Goro geschossen! Nein, nein, ganz am Anfang! Aber just for fun war das! Ne Zelle! Ist hier noch mal? Okay! Geh mal da rein! Wasser mitmachen! Ich erzähl! Wenn ich sterbe, ist es da, Luke! Kann man wieder zu machen? Ah, ne! Du kannst nur aufmachen! Haha! Aber ich glaub, du kannst selber aufmachen mit E! Ja, cool! Aber kannst du's abschließen so mit dem Knopf? Warte! Jetzt hab ich! Grund anmachen! Aha! Ja, okay! Ich bin sicher, Joden! Du kannst sogar abhauen! Ne, ich kann abbrechen! Hö, hat der Herr Goldiegel? Hallo! Da, du wirst! Nein, nein! Dein Name wird nicht angezeigt! Boah! Ich seh dich hier nicht! Dann ist es Nephi! Hinter dir! Hup! Wer ist das? Wer ist das? Ich weiß nicht! Ich seh keinen Namen! Nein, in die Zelle! Mach zu! Ich bin weg hier! Ab, hau ab! Los, lauf! 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 Mach Licht aus! Die kommen und sind da her! Tschüss! Kommen wir wohl raus hier? Wo kommen wir wohl raus? Ja, keine Ahnung! Im oberen Raum! Hi! Shit! Ey, wir müssen jetzt noch vorbeischießen! Dadosch, warum brennst du alles ab? Hast du schon zweimal geschossen? Ne! Alter, hier sind die jetzt alle! Stop, Navy! Da können wir uns mal wieder verteilen! Dadosch, was? Dadosch ist vom Haus geplant, wenn du's bist! Warte, was? Dadosch ist der Burner! Botster hat geschossen! Ja, ich weiß, ich wollte aber die Waffe wechseln eigentlich! Da liegt ne Leiche! Da liegt ne Leiche! Hey, das ist meine Golden Deagle! Dadosch ist es dann! Aber auf wen hat er geschossen? Ich hab den DNA-Scanner! Juhu! Dann scann mal! Ja! Es muss aber eigentlich Dadosch sein, wir waren doch alle da unten drin! Ich hab ne DNA! Wir waren doch alle da unten drin! Ich hab ne DNA! A, WP! Einmal still bitte Dadosch! Ihr könnt euch duellieren! Danke! Also momentan zeigt sie noch auf Vita, aber sie ist noch nicht aktualisiert! Ähm, warum er schießt ihr und konfirmst ihn dann nicht, Anne? Hä, was? Weil ich Traitor bin! Weil ich Traitor bin! Ja okay, dann töten wir den! Jaaa! Kein Problem! Ja mein Gott! Hä, botzt da entweder du oder Vita! Wer? Ich oder Vita? Genau zwischen euch! Vita, wenn dann! Ey, wer schießt denn? Wieso schießt du auf mich? Vita hat, ja, er hat den gekillt! Er hat Grenz gekillt! Vita hat Grenz gekillt! Er hat die DNA erst bei ihm! Ey, ihr glaubt dem auch jeden Scheiß, ne? Ihr Idioten! Ups! Ah ne, das ist Shigo! Wo ist Dalu? Ich hab mich verguckt! Da ist, da ist, da ist ein Traitor explodiert! Shigo, sag was! Haaa! Okay! Oh mein Gott! Boom! Gut gemacht Vita! Ja, Dalu! Vita? Boah, ich hab so schöne Gefühl! Vita war's nicht! Ne, Vita war's nicht! Oh Mann! Und wieso knallst du mich ab, Vita? Ist die Taube jetzt an dem Pfosten oder? Ich hab dich nicht abknallt! Ja, an dem Pfosten! An dem Verandafosten! Vita hat mich getötet, Leute! Aber nur indirekt, weil ich die Golden Deagle gegen ihn genutzt hab! Das hab ich mir schon gedacht! Und dann hab ich ja direkt gesagt, Vita hat dich getötet! Ja, ja! Dieser Moment in dem Grundrand sagt, Moment mal, wieso läufst du überhaupt von der Golden Deagle weg? Anne, die DNA war von dir, ey! Natürlich! Ja, ja! Musste ich schnell alle anderen auserküssen! Dafür propkille ich Vita in dieser Runde, okay? Sie stand auch noch daneben! Ist das okay für alle? Ja, vor allem hab ich die ganze Zeit schon die AWP der Wand, äh... Da hab ich mich schon gewundert, warum du nicht früher erschossen hast! Nefi, ich hab dich nicht umgebracht! Obwohl ich Traitor war und du mein Target warst! Aber alle denken immer, ich shoppe und ich shoppe! Hast du echt nicht geshoppt? Nein! Leute, du wie fucht dir rum, du ist das gerade ausgelaufen? Die Wiffelste weiß ich nicht, aber inwiefern 20 Minuten! Ja, ich lebe auch stumm durch die Gegend! Anne! Ja! Was machst du denn da?! Ah! War noch gar nicht gesponnt! Da bin ich Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau! Darf ich übrigens noch bevor die Folge zu Ende ist, die ganzen Serienfehler hier nennen, die auf der Map zu finden sind? Komm, einer in die Kantine, jetzt essen hier, Goro bei! Hallo, kann man essen? Ich mach dir hier nur Rang und fertig! Yes! Hier ist einer tot bei Anne! Hula-Bombe mit Bananen! Das hier ist das Happy Meal! Das ist ein Happy Meal! Bananenbombe! Peng! Hey! Was ist denn hier? Hey, Fisk! Hier, deine, deine Happy Meal! Goro! Alter! Nefi! Hey, Nefi ist es! Er hat dir den Detective gekillt neben mir! Das ist aber nicht schlimm! Leute! Oh! Oh fuck, ich kann mich nicht bewegen! Hallo, gibt's noch einen Detective? Fisk, lebst du noch? Ey, Fisk! Vorsicht! Der Strahl! Komm mal, zu Shigos Leiche! Bevor es zu spät ist! So Shigos Leiche, wo soll die sein? Hier! Hier drin, hier drin! Hier, komm! Es war Kondran! Fisk? Hier drin, in diesem... Du machst mit den Friends! Friendship! Warum? Und jetzt? Naja, weil ich dich gesehen hab! Weil, die DNA getranzt mit deinem DNA! Also, die sind ja alle tot! Hör zu, ey! Ich hab'n Überwachungskar... Ich hab'n Überwachungskar... Du dürft mich hier nicht töten! Oh, da wurde jemand vom Dach geholt! Es ist gemein, ich hab' keine... Nein, Nephi! Nicht ich! Nils! Booyah! Du Sau! Wo warst du, ey? Was habe ich Hallo? Hallo. Ich habe leider kein Radar mehr, das ist echt gemein. Dann sitze ich jetzt hier, ich will mich nicht finden. Macht's wie Merkel, dann sitzt das aus. Aber Nefi ist das. Hallo? Ich habe keinen Radar mehr, ich weiß nicht, wo du bist. Bist du der Letzte? Ich denk schon, ja. Das weißt du doch, komm. Ja, guck doch auf Tab. Ja, da leben doch alle. Also bist du der Letzte, dann komme ich jetzt raus. Ich weiß aber, wo er ist, Leute. Hallo? Ach Nefi wird wieder. Bleibe ich hier drin, wenn ihr noch zu dritt seid. Hä, wie ist deine Leiche? Da drin. Ach, im Traitor Room, oder was? In seinem Wandschrank ist er drin. Ja, das ist der Traitor Room. Hat noch einer eine Bombe? Warte, was war denn die neue? Die hat. Nein, läuft. Ne, ist gut. War das hier die John Bomb? Ja, ja, die John Bomb. Da steht er. Geht es durch die Wand, wenn ich das hier mache? Ja, schießt durch die Scheibe. Ach, ich dachte, du wärst hier in diesem Wandschrank. War ich auch erst, aber ihr habt ja eine Stunde gebraucht. Ja, mein Ziel wurde leider nicht mehr angezeigt. Freil mich. Nee, frecher. Ist die Runde endlich zu Ende. Wie konnte ich eigentlich Shigo töten, ohne dass das jemand gemerkt hat? Anne, ich hab's gemerkt, aber ich hab nicht gesehen, wer es war. Ich hab gleich den Detektiv gerufen, aber kein Arsch ist gekommen. Ich wollte ja, da hat Nefi mich getötet. Hier herrschen echt ein paar Unstimmigkeiten. Mach deinen Job mal besser, ey. Mach du mal deinen Job besser. Was denn? Ich hab doch Shigo gekillt vor Annes Augen. Ja, okay. Die alten Models, also die Waffen liegen. Bin ich hier unsichtbar? Ja, Rans sind unsichtbar. Sind dann auf den Maps nicht eingestellt. Bin ich unsichtbar? Nee, viel Arsch. Teleportiert. Nee, viel Arsch. Wie kann man hier? Ich trau mich nicht. Wer hat Vita gesagt? Und wer ist Vita? Wie kann man hier drauf, ohne zu sterben? Leute, es fliegt jetzt gleich ein Crop durch die Gegend. Also normal hast du sowieso genug Zeit wieder an die Leiter zu springen, wenn du nicht schaust. Ui. Wo ist Fisk? Wenn ich jetzt sterbe ist Vita. Ich wollte dich töten. Du hast in eine andere Richtung gesprochen. Muss mich aufwärmen erst. Und jetzt von hier hinten Goro bei. Oh, hä? Hallo? Nee, viel Arsch. Äh, Tau, Tau. Goro knallt dich gleich ab, hinter dir. Nein, ich will pssch. Ich will hören, was er macht. Wenn ich tot bin, ist es nichts gewesen. Ja, jetzt hat Grants ja schon kaputt gemacht. Ey, jetzt schieß ich Grants ab. Ja, schieß Grants ab. Probier dich da. Oh, Boss da. Was denn? Goro wollt mich abknallen. Nee, du wolltest mich abknallen. Nee, nee, du Lümmel. Du Lümmel. Wo ist Vita? Grants, du Lümmel. Vita will mir was anhängen, ey. Natürlich. Grants mit seinem Lümmel. Ich hab überhaupt nicht Lümmel gesagt. Das ist ehrlich. Ihr seid alles Lümmel. Grants ist ein Lümmel. Ey, Grants macht die Tür wieder auf, du Lümmel. Boah! Ey, was denn? Goro ist es, Leute. Ja, du bist Bosta, ich sag's doch. Goro ist es, Freunde. Jetzt sagst du Freunde, weißt du. Ich wurde angeschossen, Shiro. Ich wurde auch angeschossen, Shiro. Ja. Am besten hier duoliert es euch beide und dann ist es... Dadoch. Da bin ich gerade weggegangen. Na, Kondran. Alter, Detective, du hast mich gerade voll erschrocken. Boah. Zieh mal woanders hin. Verdammt, die Leichen müssen weg. Du hast mich zielten. Dalu kann! Dalu kann zieht mich auch nicht. Ich bin unsichtbar. Vielleicht ein Bore und ein Detective hat es erwischt. Ist Dadoch denn jetzt schon tot, oder was? Leichen sind, glaube ich, alle weg. Wir wissen es halt leider nicht. Boah, schreck mich nicht so fast. Dalu, auf wen schießt du? Auf Dadoch. Wo ist er? Hinterm Haus, ganz hinten am Strand. Oh, oh, oh. Hau da noch was raus, der Bangle. Du wirst übrigens spectated von einem Detective. Ja, der will ja was für seine Aufnahme haben. Crabz tanzt. Ey, womit schmeißt du die da? Die schmeißen nicht, das ist auch nur Detective. Ist Kondran der letzte Traitor? Vita erzielt auf mich die ganze Zeit. Der nervt mich nicht, nämlich gerade mit einer Sniper-Rifle dem Strand. Wer ist der zweite Traitor denn, Anne? Oh, ich dachte, das wäre schon jemand tot. Ja, Dadoch, aber... Ich dachte, das wäre noch ein anderer Traitor. Ich dachte, das wäre noch ein anderer Traitor. Hier läuft Vita. Dado. Lecker Gesicht nach unten. Ey, er muss weg, da hinten sind Leute. Was ist das denn für ein Hut? Hä? Der Detective fliegt hier wieder rum. Hä? Moment, der fliegende Hut ist der Detective? Ja, das ist ein Bug. Ja. Ah, okay. Der war, glaube ich, bei jedem schon tatsächlich. Dado, lebst du noch? Probier den Hut. Dado ist tot. Das kommt drauf an, wo der Detective gerade zuschaut. Bei dem ist auch der Hut. Der hüpft hier rum. Na, Detective. Ja, wenn du noch in Dado ein bisschen abschießen. Na, Tau-Tau. Detective, geh weg, hier. Crabz sieht mich auch nicht. Ich bin unsüchtig. Konrad, überall, wo ich hingehe, ist Konrad. Ich glaube, das ist Tau-Tau. Alter, ich habe auf Tau-Tau-Schmieg geschossen. Crabz hat mich nicht gesehen. Ich bin immer unsüchtig da. Dado, der was tot ist. Außerdem habe ich ihn confirmed. Hallo. Ich habe ihn confirmed. Wahrscheinlich von ihm. Ja, 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 ja. Wo sind denn die anderen Leichenhalle? Lol, was ist das? In der Leichenhalle. In der Leichenhalle. Tau-Tau ist wieder raus, okay. Tau-Tau ist hier bei mir. Ja. Oh, Nils. Hallöchen. Wer lebt überhaupt noch? Ich. Ich glaube, Vita lief da hinten lang. Kunran. Grabs. Taube auf mich. Die ist am Baum aufgeprallt. Und, keine Ahnung, Werder. Ja, Vita ist er. Wie wusste doch, dass es Vita ist. Spielt keine Rolle. Der ist eh gleich tot. Wo ist denn Vita? Ach, wegen, wegen Pain. Wieso denn jetzt schon wieder? Ich nur, weil das eine Taube war? Ja. Da steht im Chat Vita-Roll. Das ist dir klar, ne? Nein. Da hinten ist er. Ganz hinten. Nein. Egal. Das wird ja noch nicht erklärt, wie das ist. Oh mein Gott. Alter. Leid regelt. Vieles gewesen, meine Leute. Ciao. Ciao.